so in meinem steinbruch gibt es hauptsächlich stein auch gut tunnel haben sie noch ein bisschen also der mine so ein eisenbar noch für das katapult 1 2 3 4 5 6 ja und bald werde ich den wald hier anhacken müssen ich hoffe mir steht noch jemand das katapult fertig und beläht ist fertig ist es schon mal aber man sieht auch schön für was die steine brauchen einmal fürs drehfundament und einmal fürs gewicht geladen ist es die nächste welle hat nen magier mal wieder und paar kleine okay das ist etwas womit ich arbeiten kann du nicht sagte du nicht so mal sehen wo sie diesmal kommen da 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 Wenn ich das richtig sehe? Kommen Sie durch meine... ...Befestigungen. Okay. Ah, Rückzug. Ruck. Ruck. Okay. Atten Sie. Ah. Okay. Alright. Okay. Okay. And done. los darüber mit euch du solltest kämpfen aber wir haben wieder einen verloren Feuern ich habe auch einen Bogenschützer verloren da rüber mit euch macht ihr da weg irgendwas stimmt hier nicht da wird mir eigentlich nur angezeigt dass die Welle noch einen Gegner hätte ich habe auch noch ein paar ich habe auch noch ein paar ich habe auch noch einen so zurück zur arbeit mit euch du gehst mal dahin mit einer armbust während hier der schaden repariert werden muss mal wieder so so der läuft katapult ist nachgeladen es hat uns schon ein bisschen geholfen das katapult worüber ich froh bin hier wird noch eine säule ja ich habe auch ein bisschen was gelernt nämlich wie man sachen zieht und dreht so so also wird geliefert jetzt machen wir den knirps noch weg damit haben wir welle 18 geschafft die ziehen wir mal wieder vom katapult wir brauchen übrigens wieder katapult munition und neues ritter set und Das war's für heute. Ja, was ich dringend bräuchte, wäre mehr Schwefel. Es kommt nämlich bald die nächste Welle. Das ist nicht schön. Aber wir haben schon mal 18 Wellen überlebt. Oh, da ist wieder ein Hänger. Dann rufen wir schon mal zu den Waffen. Außer dich. Oh, die Welle könnte etwas angenehmer werden. Es sind nämlich gar keine großen diesmal dabei. Nur kleine. Und sie kommen auch von der Richtung. Sehr gut. Kann ich auf das Ziel zählen? Dann zähle ich auf ein anderes Ziel. Wie auch immer, wo jetzt? Oh, da ist noch immer ein riesiges Loch in der Wand. Scheiße. Malabas. Musik. Baby. Oh, malabas. Mannabas. Wurzel dich mal etwas zurück. Oh, da oben sind noch welche. Hm, es ist noch da unten wieder einer. So, und zur Arbeit zurück. Oh, wenn das jetzt ein bisschen seltsam dann aussieht, bauen wir bitte da draußen ein Gestell auf. Oh, da oben ist noch da oben. So, wenn da unten ist, wird es noch mehr als ein bisschen 가족, sind wir wieder bei dir, So, das sind immer so wichtig. So, jetzt ist es schon hier ein bisschen, Sonst für mich immer wieder kurz. So, dann schwarz, ich bin wieder. Komm schon mal. So, ich bin jetzt schon mal. So, dann ja noch mal. So, dann tatsächlich. Vielen Dank.